Guten Morgen, heute ist Tag 9 meiner 21-tägigen Vitamin G3 Gesund und Glücklich mit Vitamin Grün Challenge. Wir haben heute einen bedeckten Tag, umso schöner, dass wir hier die Übung haben Shine On. Mach das, solange du es möchtest und spür dem wohligen Gefühl nach, das deine innere Sonne in dir erzeugt. Das mache ich jetzt. Mein Name ist Dieter Begel, ich bin Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH und wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.